Hey Skat-Freunde! Ich habe uns heute eine Partie mitgebracht, die ich aus verschiedenerlei Gesichtspunkten für aufschlussreich halte. Zunächst mal, das Spiel wurde hier gespielt vor anderthalb Wochen auf diesem Kanal im Livestream Skat mit Gästen. Zweite Serie, 15. Spiel, Link packe ich euch nochmal in die Beschreibung. In Vorhand saß Eddy, der hatte das Spiel ohne Gegenwehr bekommen und Kreuz angesagt, Mittelhand Martin Däuber. Ich schaute in Hinterhand auf folgende Karte, 4 Gegentrümpfe, aber auch 4 bestellte Zehner, also von daher schon eine recht ungewöhnliche Konstellation. Und es war jetzt tatsächlich das eine Spiel, wo wir Eddy an diesem Abend wirklich hätten greifen müssen, sage ich mal. Und wir haben es aber nicht hinbekommen und deswegen ging Eddy aus 3x24 Spielen ohne Verlustspiel raus. Respekt dafür. Er hat es hinten raus auch wirklich schön gelöst, aber wir hatten durchaus ein bisschen die Füße im Nassen. Und für mich war es so ein bisschen im Nachhinein das Spiel des Abends. Was ist denn nun so interessant hier? Was ist hier passiert? Lasst uns doch einfach jetzt mal in die Partie starten. Wie gesagt, Eddy taufte Kreuz und eröffnete das Spiel mit der Trumpf 7. Und das ist, wie wir später sehen, vielleicht schon die erste kleine und einzige Unschärfe, die Eddy hier in diesem Spiel eingebaut hat. Er hätte auch die Trumpf 9 gehabt und das wäre schon mal wieder ganz wichtig gewesen oder hätte wichtig werden können, dass er im Spielverlauf noch die kleinste Trumpf Karte in der Hand behält. Das ist so im Endspiel-Stellungsspiel kann das immer mal die Entscheidung bringen, dass das nicht komplett vorhersehbar ist, dass es zu so einer Konstellation und Situation überhaupt kommt. Das ist ja völlig klar, aber dennoch, ihr seid immer gut beraten, mal sehr vorsichtig zu sein und immer zu schauen, wer hat denn eigentlich gerade den kleinsten Trumpf noch in der Hand. Denn das ist eine schöne Rückspielkarte im Zweifel am Ende des Spiels. So, von Martin fiel der Pik-Bube. Der hatte nur einen Trumpf. Es war ein typischer Sechstrümpfer eben. Und ich habe jetzt natürlich die Trumpf 10 dazugegeben, denn gegen die fehlenden Trümpfe mit Kreuzkarobauer und Trumpfass ist die sonst natürlich nicht mehr zu verteidigen. Also, 12 Augen für uns. Danach kam von Martin die Pik-Lusche. Und da bin ich auch recht schnell, ohne groß drüber nachzudenken, direkt mit der 10 raufgegangen. Das ist der erste Zug, der auch ein bisschen hinterfragt wurde im Rahmen dieses Tests. Warum denn da die 10? Wäre nicht der König präziser? Ist das nicht ein bisschen viel? Aber ich gehe mal davon aus, dass Martin, der wenig Trümpfe hat, jetzt mit der Lusche unter seinem Ass ausgespielt hat. Das ist die übliche Verabredung. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ist diese 10 im Prinzip nicht zu verteidigen. Wenn Eddy das Ass etwa blank hat, dann wird er sie später im Spielverlauf ohnehin stechen. Wenn Eddy das Ass bestellt hat, dann kann er auf den König auch schnippeln, wo er schon die vier Trümpfe sieht. Gut, wenn er das Ass bestellt hat und er nimmt den König raus, weil er nicht genau weiß, das ist vielleicht die einzige Konstellation, wo der König besser wäre. Aber in vielen anderen Konstellationen ist der König einfach viel zu wenig. Also einfach bestellte 10, Partner spielt Lusche aus, heißt es doch mit der 10 rauf. Wenn es nicht der König wäre, sondern etwa die 7, dann wäre es umso deutlicher. Aber auch mit dem König sollte man das hier machen. Ich meine, wo soll ich meine ganzen Vollen unterbringen? Deswegen im Prinzip habe ich zu viele Volle selber in der Ballkarte, als es an sich gut ist, wenn man die Trümpfe dagegen hat. So, ich die 10, von Eddy kam die 7. Er hatte nämlich offensichtlich das Ass nicht. So, wir haben 22 Augen und jetzt weiß ich natürlich, der Peak-König zurück ist an sich die naheliegende Karte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die war mir irgendwie ein bisschen zu langweilig. Das ist ja manchmal so, hier vor Publikum, muss man auch sagen, wollte ich schon ein bisschen Show machen. Und hatte auch gedacht, naja, vielleicht hat Eddy den typischen 6-Trümpfer mit einem Drilling, einen Ass zu dritt und einer blanken Lusche, dann war das gerade die Peak-Lusche. Vielleicht hat er aber auch noch einen Ass zu zweit und hat jetzt gesplittet, also eine Peak-Lusche und dann noch eine rote Lusche blank in der Hand. Und da war ich dann schon so ein bisschen spitz drauf, hier so ein 21er Stich auch einzusammeln für die Show. Und habe mich deswegen jetzt hier für eine 10 entschieden, was natürlich schon irgendwie wirklich ein bisschen dusselig ist. Denn, ja, Eddy hatte tatsächlich den 6-Trümpfer natürlich und ein bestelltes Ass. Aber wenn ich jetzt direkt die 10 treffe, wo er das Ass bestellt hat, dann ist die Geschichte natürlich sofort hinüber. Also von daher schon dusselig. Ich hatte aber das Gefühl, dass ich mich so auf jeden Fall richtig entscheiden werde für die richtige 10. Und von daher, ich habe hier jetzt also die Herz 10 ausgespielt. Und ja, fragwürdiger Zug, aber ich sag mal, wie so ein bisschen beim Schach. Du willst nicht immer den besten Move spielen, weil der ja manchmal auch so ein bisschen langweilig und vorhersehbar ist. Und wie gesagt, jetzt hier gerade vor Publikum dachte ich, komm, mach mal so einen kleinen Zauberzug. Der führt auf jeden Fall dazu, dass das Spiel ein bisschen in anderen Bahnen verläuft. Und kann für uns eben auch zum sehr deutlichen Sieg führen. Und wenn da eine blanke Herz-Lusche jetzt steht, dann ist auch alles richtig. Und wenn da eben Eddy kein Herz hat, so wie es jetzt der Fall war, dann klärt das eben auch das Blatt. Also der Partner kriegt eine Information und so gesehen ist der Volle ja auch irgendwo sinnvoll investiert. Aber nichtsdestotrotz war wirklich kein richtig guter Zug. Pik König zurück hätte all unsere Probleme gelöst. Allerdings hätten wir dann hier wohl die Partie nicht in der Analyse liegen. So, Martin bedient. Eddy zieht jetzt Trump von oben, schaut. Kann ja auch immer nochmal sein, dass es da ein Blöffer und da noch der blanke Herzbube steht. Nicht unbedingt zu erwarten, aber durchaus möglich. Also Kreuzbube einmal von oben, Abwurf Karolusche. Und jetzt an der Stelle habe ich die Kreuz 8 gelegt. Und tatsächlich kann man hier jetzt auch auf die Idee kommen, die Kreuz Dame zu legen, um mit der 8 noch den niedrigsten Trumpf zurückzuhalten. Dann hätte man allerdings auch schon sehr genau auf diesen ersten Stich achten müssen, dass da die 7 schon raus war. Nur dann macht das überhaupt Sinn. Es kann aber natürlich auch sein, wenn ich jetzt hier die Dame lege, dann kann Eddy natürlich als nächste Karte die Kreuz 9 vorspielen. Dann wird wahrscheinlich geschmiert und dann haben wir an sich direkt erstmal 2 Augen weniger. Also so weit habe ich jetzt an der Stelle tatsächlich, muss man sagen, vielleicht ein bisschen naiv auch nicht vorgerechnet, dass ich das für hier eine Option oder für eine relevante Entscheidung gehalten habe. Aber, wie wir später noch sehen, das hätte die Sache für uns etwas vereinfacht. Ich habe also jetzt hier die Trumpf 8 gelegt. Damit hat Eddy tatsächlich jetzt mit der Kreuz 9 eben wieder den niedrigsten Trumpf. So, Caro Bube hinterher, naheliegenderweise jetzt von Martin das Herz Ass. Und ich nehme mit dem Herz Buben. Und wir haben in diesem Moment 37 Augen liegen. Und natürlich kann ich jetzt den Trumpf zurückspielen, was gegen die vorliegende Verteilung auch unsere Sorgen gelöst hätte. Aber ich habe ja noch damit gerechnet, dass Eddy jetzt den Drilling in Caro hat. Also den 6-5er, eine Piglusche und Caro Ass zu dritt. Und wenn ich ihn jetzt einspiele, dann löse ich sein Tempoproblem, was er sonst hat. Und er kann einfach einmal noch Caro von unten spielen. Auch wenn Martin jetzt auf den Einschub seinen letzten Caro abwerfen kann und mir dann auf die Caro 10 das Pig Ass geben kann, kommen wir dann eben nicht ganz hin. Wie gesagt, wir haben ja jetzt erst 37 Augen liegen. Dann kommen wir noch mit einem 21er Stich auf 58. Deswegen kreuzdame an der Stelle für mich keine Option. Und ich hatte selbst überlegt, ich spiele einfach Pig König zurück. Und selbst wenn Eddy jetzt auf die Idee kommt, da eine Caro Lusche aus seinem vermuteten Drilling abzuwerfen, dann kann Martin einfach unterbleiben mit der Dame. Und dann spiele ich einfach mit Trumpf ein. Und dann werden wir das Spiel eben auch gewinnen. Dann fliegt da eben von Martin auch der weitere Caro rein. Das war mein Gedanke. Also von daher, ich denke, Pig König jetzt ist hier die richtige Karte. Und jetzt eben ein Stück weit auch für mich natürlich die Überraschung, weil eine seltenere Konstellation. Eddy musste tatsächlich die Pig Lusche noch einmal mit bedienen. Ja, und jetzt hatte Martin hier die Chance, das Spiel an sich ganz spektakulär zu lösen, indem er jetzt hier tatsächlich nur die Dame gelegt hätte. Dann hätten wir 44 Augen gehabt. Und jetzt wäre von mir der Trumpfeinschub gekommen. Und danach machen wir einfach noch Caro König, Caro Dame, Caro 10 und gewinnen ohne das Pig Astipathie. Das wäre natürlich wirklich ein gewisser Zauberzug wieder gewesen. Ich sag mal, hier in unserem Live-Stream-Ambiente so tief in einzelne Sachen reinzugehen, die Konzentration. Wir waren ja auch zwischendrin am Schnacken. Das war nicht zu erwarten. Also Martin hat jetzt mit dem Ass rausgenommen, wie es wahrscheinlich 10.000 andere Skatspieler jetzt auch gemacht hätten. Jetzt haben wir 52 und jetzt fängt er eben an zu überlegen und stellt fest, ja, Moment mal, Caro kann er natürlich nicht spielen. Das ist ja schon klar, dass da jetzt noch das bestellte Ass sitzt. Also ist die Entscheidung zwischen Pig Dame und Herz König. Und wenn Martin muss im Endeffekt jetzt, um eine gute Entscheidung zu treffen, auch spekulieren, wer von uns hat eigentlich den niedrigsten Trumpf in der Hand. Wenn er etwa die Pig Dame spielt und ich habe jetzt nur noch eine Trumpf Lusche, dann kann ich da vielleicht einstechen und Eddie kann einfach auf 59 abwerfen. Und genauso kann Martin natürlich auch nicht wissen, dass ich noch die Herz Dame habe. Typischerweise ist ja mindestens ein Bild gedrückt. Es war jetzt wirklich eine Konstellation, wo Eddie in beiden Farben Herz und in Pig jeweils zwei Luschen hatte und sich einfach für die beiden Herzluschen zum Drücken entschieden hatte. Dann ist also Pig Dame falsch, wenn ich die Herz Dame gedrückt habe und wenn ich eben hier nur eine Trumpf Lusche habe. Also von daher ist Martin dann zu der Überzeugung gekommen, er muss was anbieten. Herz König bei 52 liegen, wenn da noch eben der Caro König steht. Das ist aus Martins Sicht sowieso die Voraussetzung, dass wir gewinnen können, dass Eddie da noch ein Bild in der Abgabe hat. Denn dann kann er ja jetzt auf den Herz König eben nicht abwerfen, weil es schon 60 drohen. Gut, nun muss ich hier die Herz Dame legen und jetzt war eben der Moment, wo das Spiel für uns nicht mehr zu lösen ging. Und Eddie hat das natürlich im Endspiel schön gelöst. Das erkennt er natürlich im Bruchteil einer Sekunde. Bei 52 liegen kann er natürlich hier nicht mehr abwerfen und entsprechend hat er jetzt mit dem höchsten Trumpf gestochen und die Kreuz 9 ausgespielt. Und jetzt sind wir an sich erst bei der Auflösung. Warum rede ich eigentlich jetzt seit Minuten darum, wer hat den kleinsten Trumpf? Und hätte Eddie die 9 am Anfang spielen sollen und die 7 behalten sollen und hätte ich zwischendrin die Dame schon geben sollen, dann hätte ich jetzt nämlich noch die 8 gehabt. All das spielte jetzt eine Rolle und es hat eben für Martin die Geschichte auch noch ungleich verkompliziert oder im Prinzip unlösbar gemacht, zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch nicht zu wissen, wer den niedrigsten Trumpf hat. Ja, jetzt konnte er hier nur ein Bild reinlegen. Ich glaube, er hat die, weiß ich gar nicht, ob er Pico der Karo da angelegt hat. Jedenfalls hatten wir jetzt nur 58 und Eddie hatte schön die Gabel mit dem Karo König auf meine Karo 10 und ist eben auf diese Weise von der, ja, von der, ähm, aus der Nummer wieder rausgekommen. Ich glaube, er hilft, es heilt die disruption. Vielen Dank.